Herzlich willkommen beim WAGO Praxistipp Schaltfrankbau mit dem heutigen Thema Digitale Transformation das WAGO IOSystem 750 als Schnittstellenmeister. Mein Name ist Manfred Kühme und ich bin Produktmanager bei WAGO. Im Zuge der Digitalisierung ändern sich die Anforderungen auch im Schaltanlagenbau. Komplexe Montagezyklen müssen vereinfacht, Zeitaufwendungen reduziert werden. Nur so kann in einem stark umkämpften globalen Markt die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden. Wie spielt nun die digitale Transformation da rein? In den Produktionsanlagen werden Prozessdaten eingesammelt und anschließend in digitaler Form gespeichert, ausgewertet und weitergeleitet. An dieser Stelle kommt das WAGO IOSystem 750 ins Spiel. Mit über 500 Modulen bieten wir die Möglichkeit, die verschiedensten Daten in nahezu allen Formaten aufzunehmen und zu digitalisieren. Auch aus z.B. dem explosionsgefährdeten Bereich oder sicherheitsgerichteten Anlagenteilen. Das Ganze geschieht in einem Umfeld, in dem Sie als Kunde festlegen, in welchem offenen standardisierten Feldbusformat Ihre Steuerung oder Ihr übergeordnetes Leitsystem diese Daten haben möchte. Egal ob Profibus, Profinet, Ethernet oder andere standardisierte Formate, selbst für branchenspezifische Lösungen haben wir die passenden Feldbusmodule. Zur untergelagerten Ebene der Sensorik und Aktorik bieten wir die entsprechenden Gateways an, um auch die spezialisierten Subbusse zu unterstützen. Sie wollen Ihre Daten anschließend, vielleicht per MQTT, auch noch in die Cloud geben? Dazu haben wir sowohl die passende Hardware, wie hier den leistungsfähigen WAGO Edge Computer, als auch die Dienste der WAGO Cloud. Zusätzlich unterstützen wir auch die Dienste anderer renommierter Hersteller. Dabei ist die Datensicherheit für uns immer im Vordergrund. Durch Firewalls und geschützte VPN-Tunnel stellen wir diese sicher. Diese Flexibilität, die wir hier gezeigt haben, zeigt sich auch im mechanischen Aufbau des Systems. Bis zu 16 Kanäle auf 12 mm Baubreite, viele Module, auch mit steckbarer Verdrahtungsebene, was Ihnen die Vorverdrahtung und den eventuellen Modultausch ohne die Gefahr der Verdrahtungsfehler ermöglicht. Als System für alle Anwendungen haben wir auch eine extra Lösung für extreme Umgebungsbedingungen. Das dunkelgraue WAGO IOSystem 750 XTR ist zum Beispiel auch einsetzbar in Branchen wie dem rollenden Schienenverkehr mit Anforderungen an die Umgebungstemperatur von minus 40 bis plus 70 Grad oder in der Energiebranche mit erhöhten Anforderungen an die Spannungsfestigkeit und Störsicherheit. Wie Sie sehen, als Schnittstellenmeister helfen wir Ihnen, für Ihre Anlage die digitale Transformation umzusetzen. Open and easy ist dabei das Motto, von dem wir uns leiten lassen und das wir jeden Tag erleben. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihren Herausforderungen zu helfen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und schauen Sie auch gerne noch die anderen Videos aus unserer Reihe Praxistipps an. Vielen Dank.